Herzlich willkommen zum letzten Video auf dem HostElemented YouTube Channel im Jahre 2014. Diesmal aus dem Rechenzentrum in Frankfurt. Und dieses Mal geht es darum, was sich im Jahre 2014 alles bei uns geändert hat. Wie ihr wisst, sind wir immer sehr kundenorientiert. Wir machen uns sehr viele Gedanken, wie wir komplett auf die Wünsche unserer Kunden eingehen können, weil nur so kann man Erfolg haben, wenn man nicht auf die Kunden hört. Es gibt genug Anbieter, wo man hinwechseln kann, wenn man nicht zufrieden ist. Deswegen wirklich, wir achten immer drauf, immer wenn wir mal eine schlechte Bewertung bekommen oder erhalten, lesen wir uns die genau durch, überlegen, was kann man da verbessern, ist es gerechtfertigt. Und über das Jahr hinweg sind wir da auf einige Sachen gestoßen, die wir jetzt eigentlich komplett in der gesamten Co-Location verbessert haben. Also, wir haben jetzt schon was vorbereitet. Das System wandert gleich ins Regal, wird gleich angeschlossen, weil über Weihnachten wurden sehr, sehr viele Server bestellt. Da haben wir jetzt noch ein bisschen weiter aufgestockt, damit es da keine Lieferengpässe gibt. Weil, wie ihr ja wisst, die erste Sache, die wir dieses Jahr verbessert haben, war die komplett automatische Freifaltung, Einbuchung. Das heißt, ihr könnt jetzt innerhalb von wenigen Minuten eure Server erhalten, seid nicht mehr auf uns angewiesen. Genauso könnt ihr jederzeit Guthaben aufladen, es wird sofort verbucht. Und noch viele, viele andere Sachen, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Wir gehen mal nur auf die technischen Sachen ein. Und das ist hier eine davon. Wir haben uns dazu entschieden, weiterhin auf Tower-Basis zu hosten. Hier jetzt aber mit Supermicro Server Tower, weil es kostentechnisch einfach viel, viel effizienter ist und wir die Regale auch über eine längere Zeit angemietet haben und da vertraglich gebunden sind. Es gibt keinen Nachteil gegenüber 19-Zoll-Geräten, sage ich mal. Außer vielleicht, dass man sie ein bisschen schneller warten kann, aber da hier nichts Kritisches draufläuft, wo man es verschmerzen könnte, dass mal ein Festplandentausch drei, vier Minuten länger dauert als in einem 19-Zoll-Case. Macht es keinen Sinn für 200 oder 300 Euro mehr. Die Hardwares kaufen für einen Schrank, also einen 19-Zoll-Schrank-Rack. Deswegen bleiben wir bei den Tower-Systemen. Und das ist auch, wir sind ja nicht der Einzelanbieter. Das sind wirklich, ich wollte mal, fast kaum 90 Prozent aller Anbieter nutzen Tower-Systeme. Sprich, sparen die Kosten ein und geben das an die Kunden weiter. Weil es bringt nichts. Es sieht zwar schicker aus, aber wenn man nicht geschäftlich diese Leistung nutzt, diese Server verwendet und wirklich bei einer Ausfallzeit von 15 Minuten Millionenbeträge ins Land gehen, macht es keinen Sinn, den Mehrwert dann im Einkauf dem Kunden aufzuerlegen. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben uns überlegt, wie kriegen wir auf unsere Regalfläche das Maximum an Leistung? Wie kriegen wir das hin, Maximum an Arbeitsspeicher zu verbauen? Hier haben wir jetzt ein System mit 256 GB Arbeitsspeicher. Er hat verbaut, zwei Zeon-CPUs mit 20 echten Kernen und nochmal 20 HTs. Das System hat also 40 Hyper-Threading, also insgesamt 40 Threads, genau. 20 echte Kerne und 20 Hyper-Threading-Threads macht insgesamt 40 Threads. Das System bearbeiten kann gleichzeitig 256 GB Arbeitsspeicher. ECC-RAM, Server-RAM, auf einem Supermicro-Server-Mainboard mit einem Supermicro-Netzteil. Also sehr, sehr ausfallsicher für den Dauerbetrieb ausgelegt. Spezielle Server-Lufter von Supermicro, die auch auf den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Ich hoffe, ich kann das hier mal rausfiemeln, weil den Rahmen gibt es dafür leider nicht. Wie die Gehäuse. Deswegen haben wir das hier oben reingelegt. Juckt auch nicht, die Systeme werden ja nicht bewegt. So, Datenträger ist hier in dem System eine 1 TB Samsung Evo SSD. Diese Daten werden natürlich auch nochmal gesichert. Die werden nachts auf unserem File-Server gezogen. So viel fällt da nicht an, weil in der Regel liegen da vielleicht 200 GB drauf. Die werden nachts über das Internet nochmal ausgelagert. Das heißt, wenn die mal kaputt geht, geht nicht alles verloren. In einigen Systemen haben wir auch zwei Stück verbaut. Ich glaube, hier kommt sogar noch eine zweite rein. Da weiß ich jetzt nicht, will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall auch hier sehr, sehr gut ausgestattet. 1 TB SSD. Das Beste, was es aktuell gibt. Genauso auch hier. Das ist somit das Beste, was man aktuell kaufen kann. Wobei ich eigentlich sagen muss, jetzt gibt es schon DDR4. Wir sind gerade überlegen, ob wir da vielleicht auch demnächst nur noch auf DDR4-Basis aufbauen. Ist aber aktuell preislich noch nicht interessant. Die alten Systeme sind für die Leistung her eigentlich noch preiseffizienter. Die Preisleistung stimmt da noch eher. Mal ein bisschen warten, wie sich das mit DDR4 entwickelt. Zumal mal den Mehrwert von DDR4 aktuell noch nicht so wirklich hat. So, soviel dazu. Einmal also die Änderung, was die Hardware angeht. Wir verbauen jetzt nur noch Server-Hardware. Weiter natürlich ein Tower-Gehäuse, weil wir den Preis günstig halten wollen. Und für euch als Kunden ändert es sich dadurch, dass ihr einfach viel, viel weniger Ausfälle habt. Dass ihr viel, viel mehr Leistung habt. Und der Preis bleibt gleich. Wir haben nichts am Preis geändert. Es bleibt alles gleich. Also, das ist schon mal der erste Punkt. So, dann hat sich noch was geändert. Wie ihr ja mitbekommen habt, gibt es immer, immer häufiger DDoS-Angriffe. So einen DDoS-Angriff zu veranstalten, kostet vielleicht 5 Dollar oder 5 Euro. Und dann kann man mit 8 Gigabit, 15 Gigabit, 20 Gigabit einfach mal jeden lahmlegen, wo man lustig ist. Man macht sich einen Feind, man bannt jemanden von seinem Minecraft-Server oder von seinem Counter-Strike-Server oder was ich vorunter, vom Armour-Server. Und derjenige rächt sich, bucht sich für 5 Euro mit einer Passive-Karten-DDoS-Angriff und kann einfach alles lahmlegen. Da haben wir uns überlegt, okay, kompletten Schutz kann man nicht bieten, weil um eine IP-Adresse zu schützen, ist eine Hardware-Firewall nötig. Die locker mal im Monat 400, 500 Euro kostet, wenn man die anschafft, liegt die bei 120.000 Euro, 140.000 Euro aufwärts. Und da kann man dann 10 Gigabit mit filtern. Also filtern, man muss auch bedenken, was da an Datenvolumen anfällt. Da haben wir uns das zu entschieden, wir werden schauen, dass das Netzwerk so weit wie möglich für sowas stabilisieren. Und wer möchte, kann dann die Firewall von Foscolo davor schalten lassen. Genauso auch wie unsere ganzen wichtigen Anwendungen aktuell schon geschützt sind. Also sprich Team-Seek-House-Systeme, Web-House-Systeme, unsere Homepage und so weiter und so fort. Das hat alles schon geschützt, auch gegen große Bandbreiten, große Angriffe. Aber für die normale Infrastruktur ist es nicht möglich, weil man kann bei 4 Euro im Monat, die wir teilweise für den Server verlangen, nicht erwarten. Das macht kein Anbieter aktuell, kein einziger Anbieter macht das aktuell, dass es dann irgendwie gegen DDoS geschützt ist, der in einer Stunde nochmal 50 Euro generiert, weil der Traffic-Volumen aufkommen lässt, in solchen Fällen seid ihr lahmgelegt. Und wenn ihr glaubt, dass ihr es irgendwo anders kriegt, das wäre gelogen. Man kriegt es nicht. Ja, wenn einer verspricht, dass man für einen Betrag von 5 Euro im Monat totalen DDoS-Schutz hat, ja, dann sage ich nur eins. Wartet mal ab, bis es eine Woche geht oder zwei Wochen, wenn ihr dauerhaft angegriffen werdet, dann sagt der Anbieter auf Wiedersehen, weil niemand schenkt euch was. Niemand wird dann hergehen und dann hunderte Euros im Monat euch hinterherwerfen. Das ist einfach Blödsinn. Das ist dann vielleicht Kunden fangen im ersten Moment, falsche Versprechung. Aber wenn da irgendein Angebot unter 200 Euro im Monat liegt, dann sollte man schon hellhörig werden, was echte DDoS-Protection angeht. So, das haben wir Folgendes gemacht. Bisher war es so, wir hatten normale Switches, das heißt, sie sind mit zweimal 1 Gigabit angebunden gewesen, manchmal auch viermal 1 Gigabit. Und da war das Problem, wenn dann ein Kunde, also irgendein Server im gleichen Regal, der dort angeschlossen ist, also an einer der Leitungen hier angeschlossen ist, ein DDoS bekommen hat oder ein eingehender DDoS dort gelaufen ist, dann waren alle Server im ganzen Regal lahmgelegt. Das heißt, wenn irgendeine Bandparte über 4 Gigabit gefahren wurde, waren alle Server im Regal lahmgelegt. So, und das war natürlich nicht toll, weil dann nicht nur ein Kunde betroffen ist und der Kunde, der den Angriff eigentlich erhalten soll, sondern alle Kunden im ganzen Regal. Ja, und da haben wir uns für eine sehr teure Lösung entschieden, um das effizient zu lösen. Wir haben jetzt einfach auf dem Glasfaser-Switch der Premium-Klasse von Uniper EX-Serie geupgradet, in jedem Regal. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Glasfaser-Anwendung von 10 Gigabit, die sich hier alle Systeme teilen, können aber noch auf 40 Gigabit hochgehen. Das heißt, wenn die Angriffsstärken in der nächsten Zeit noch weiter anwachsen, was zu erwarten ist, können wir hier einfach noch weiter hochstufen. Wenn dann ein Kunde angegriffen wird, ist nur der eine Link hier am Switchdown und nicht alle. Das heißt, wenn irgendeine Bandbreite über 1 Gigabit gefahren wird, was heute schon sehr, sehr häufig ist, sind nur noch die Kunden betroffen, die auch angegriffen werden und nicht mehr alle Kunden im ganzen Regal. Ja, das ist ein großer, großer Vorteil, weil in der letzten Zeit wird viel, viel Ärger gesorgt und wir sind ja auch nicht der Einzelanbieter, wo das so ist. Es betrifft ja alle. Man muss sich nur mal umgucken. Man findet jetzt seit neuestem in den Bewertungsportalen alle Anbieter schlecht Bewertungen über Verbindungsprobleme und so weiter und so fort. Und die wenigsten werden jetzt den Schritt wagen und auf 10 Gigabit upgraden, also echte 10 Gigabit, wo es dann auch wirklich im Rechenzentrum aufkommt, weil das ist mit immensen Kosten für uns verbunden. Und da muss man auch wieder gleichzeitig sagen, wir sind nicht hergegangen, haben nicht die Preise erhöht. Wir sind bei den Preisen geblieben, wir haben das gehalten, weil wir einfach einen gewissen Standard den Kunden bieten wollen und auch einen Mehrwert bieten wollen. Man muss halt den Vorteil gegenüber den Mitbewerbern bieten. So, das dazu. Der nächste Vorteil von diesen Switches ist natürlich dadurch, dass man so eine enorme Uplinkbandbreite hat, hat man den Vorteil, dass, sagen wir mal theoretisch, jetzt hier mit 10 Gigabit 10 Systeme, zum Beispiel bei V-Systemen 10 Kunden könnten gleichzeitig mit 1 Gigabit laden und alle hätten die volle Geschwindigkeit. Früher war es so, wenn dann ein Kunde mit 1 Gigabit geladen hat, hat sich die Bandbreite verteilt, dann hat ein zweiter geladen, hat jeder 500 Mbit bekommen. Das hat man jetzt auch nicht mehr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man bei uns jetzt bei seinen V-Systemen zum Beispiel nicht mehr 1 Gigabit Bandbreite erhält, ist extrem gering. Das heißt, man hat eigentlich fast immer, man könnte fast eine garantierte Bandbreite von 1 Gigabit. Und, weil der Fall wird nicht eintreten, dass die, sagen wir mal, 11 Kunden gleichzeitig mit 1 Gigabit laden, sollte nicht auftreten. So, einmal das. Ja, Rechnerverkauf lief ja auch. Wir haben jetzt so gut wie alle Systeme, was auch unser Ziel war, bis zum Jahresende abverkauft. Ein paar haben wir noch im Büro stehen, ich glaube 6 oder 7. Die werden demnächst noch angeboten, zu sehr, sehr günstigen Preisen. Also, wenn Interesse hat, mal einfach ins Hochschauen. Und dann haben wir wirklich eigentlich nur noch solche Hardware im Einsatz. Und da kann keiner mehr meckern, das ist echt aktuell das Beste, was man kaufen kann. Na gut, man könnte vier Kors verbauen und noch mehr Arbeitsspeicher, gar kein Problem. Aber man muss sich auch fragen, was passiert, wenn so eine Maschine dann mal auswirkt und es sind viel zu viele Kunden betroffen. Was kostet es, wenn man dafür Ersatzteile lagern teilt? Also, damit fahren wir jetzt wirklich sehr, sehr gut. Alles, was drüber kommt, ist zwar möglich, aber macht rechnerisch absolut keinen Sinn mehr. Und auch nicht, wenn man das bedenkt, man kriegt hier so gesehen jetzt einen Porsche zum Preis vom Polo bei uns. Man muss mal vergleichen, sowas bietet, glaube ich, aktuell kaum einen Anbieter am deutschen Markt. Und wir wollen halt versuchen, dass wir weiterhin wachsen können. Und das gelingt uns natürlich auch. Wir hatten jetzt im Sommer und auch in der Zeit danach ein bisschen das Problem, dass wir mit der großen Kundenzahl Probleme hatten. Und auch dann Lösungswege gesucht haben, die dann auch gefunden haben, wie ich schon sagte, mit der automatischen Einrichtung und so weiter und so fort. Wir passen uns dem Problem an und beheben diese. Also, wir verschlafen die nicht. Wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt genug Anbieter, wo man hinwechseln kann. Und wenn man unzufrieden ist, gibt es genug Alternativen. So, noch eine Sache zum Abschluss. Was mir sehr, sehr wichtig ist, ab dem 5.01. ist unser Büro wieder offiziell geöffnet. Heute ist übrigens der 30.12. Also, wir arbeiten trotzdem, nur halt nicht im Büro. Also, die wichtigsten Sachen, wie halt z.B. Infrastrukturausbau oder weitere Serveraufstände und Reparaturen durchführen, das machen wir natürlich. Haben wir auch geschrieben. Aber unser Büro ist erst mal am 5.01. öffnen. Ich hatte gestern einen kleinen Shop bekommen. Ich habe einen Anruf bekommen, wo mir ein Mitarbeiter mitgeteilt hat, dass wir im Ticketsystem fast 900 Tickets offen haben. Und da kommt mir die Frage auf, wie wollen wir das schaffen, am Montag, am 5.00, die alle gleich zu beantworten. Deswegen warne ich jetzt schon mal vor, es wird nicht klappen, dass wir jedem Kunden am Montag sofort eine Antwort schicken können. Bitte habt ihr Verständnis, seid so lieb, guckt ins Ticketsystem, ob eure Antworten sich selber lösen lassen mit häufigen Fragen oder mit dem Forum. Weil, so wie ich das gesehen habe, sind die meisten Sachen eigentlich sofort lösbar. Viele Kunden fragen wegen Euler-Check, Minecraft zum Beispiel. Das ist eine kleine Sache, steht im Forum, steht im häufigen Fragenbereich, steht alles drin. Die meisten Kunden schreiben so Sachen, die könnte man noch selber erörtern. Die wichtigen Sachen werden natürlich alle bearbeitet, aber bitte, 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 nehmt euch die Zeit, guckt drüber, ob ihr die Sachen nicht selber lösen könnt, damit diese Zahl von 900 Tickets, was bestimmt bis Montag auf 1000 oder 1000 100 Tickets ansteigt, ein bisschen verringert wird und wir euch schneller helfen können. So, dann würde ich sagen, Abschlusswort wünsche ich allen guten Rutsch. Viel Freude mit unseren neuen Produkten, die sich in 2014 noch weiter verbessert haben, die sich in 2015 noch noch weiter verbessern werden. Der nächste Schritt ist nämlich, wenn hier die Kolo-Köchen stimmen, werden wir unseren Support noch viel, viel weiter ausbauen, weil wir streben da wirklich an, dass man diese Wartezeiten am Telefon wegkriegt. Da sind wir noch dran, das wird noch gemogelt und gedreht, gemodelt, gemodelt, modellieren, so meinte ich das. Bei uns wird nicht geschnitten, könnt ihr wieder schöne Kommentare schreiben von wegen, ah, ihr wisst schon Bescheid, in einem Video gab es ja da mal irgendwie so einen netten Kommentar von wegen, ja, ob wir nicht schneiden können. Aber bei uns ist es nicht nötig, wir wollen euch nur informieren, soll kein High-End-Werbe-Video werden, sondern einfach nur pure Information für die Leute, die sich dafür interessieren und alle anderen können ja abschalten. Und so, nochmal zurück, also, allen Kunden einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015. Ich bedanke mich für das viele, viele Verständnis, was ihr uns entgegengebracht habt, für das viele, viele Vertrauen dafür, dass unsere Firma inzwischen so gigantisch groß geworden ist, dass wir euch solche Sachen hier ermöglichen können, solche teuren Server-Systeme anschaffen können und die euch zur Verfügung stellen können. Das ist einfach ein Wahnsinn und auch die Unterstützung, die uns entgegengebracht wird, wie viele Kunden uns die tollsten Sachen zugeschickt haben, die uns die coolsten Banner erstellt haben, die die coolsten YouTube-Videos erstellt haben, da gibt es so viele Sachen, da könnte ich stundenlang erzählen. Wir sind einfach nur dankbar dafür, dass ihr uns derartig unterstützt und alle Kunden, die wir vielleicht im Jahr 2014 enttäuscht haben, weil das bleibt leider nicht aus, das schafft man nicht. Man schafft es nicht immer, alles richtig zu machen, das schafft keine Firma, bei denen möchten wir uns entschuldigen und denkt dran. Bei uns war es noch nie so, dass ein unzufielender Kunde leer ausgegangen ist. Also wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist, ist mal eine Festplatte kaputt gegangen oder irgendwas, oder was haben wir denn noch gehabt? Im alten System wurden Zahlungen teilweise nicht sofort eingebucht. Meldet euch bei uns, ihr kriegt immer eine Gutschrift, könnt euch Credits schenken lassen und dafür dann euren Server verlängern, neuen Server buchen. Wir sind also nicht jemand, eine Firma, die die Leute dann im Regen stehen lässt. Fehler bleiben nicht aus und wir sind daran, die Fehlerquote immer weiter zu minimieren. Durch, wie gesagt, die Änderungen, die ich hier gezeigt habe, auch durch ein komplett neues Backup-System. Ach, da kommt noch so, so viel. Also wir wollen ja nicht auf der Stelle stehen bleiben. So, guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Gerede, aber langer Sinn. Und bis zum nächsten Video in 2015. Euer Tim von Hosts Unlimited.